Willkommen! Suchen Sie ein richtig hochwertiges Bettsofa mit viel Platz zum Liegen und einer klassischen Form in einem pflegelechten Bezug. Dann, dann habe ich was für Sie. Bergamo, merken Sie sich den Namen, Bergamo, die italienische Stadt von Bali, ist ein Bettsofa, welches wir frisch bekommen haben von einer Messe von Bali in Liegefläche 160 pro Meter in einer pflegelechten Mikrofaser. Was ist das Besondere? Nun, Sie sitzen hier richtig gut drin, etwas softer, nicht zu soft, mit den losen Rückenkissen, die gar nicht los sind, sondern mit den festen Rückenkissen haben Sie einen tollen Komfort. Bergamo, also hier kann ich mich wohlfühlen, die leicht angeschrägten Arme innen machen es mir möglich, auch so zu liegen. Aber, und jetzt kommt's, Bergamo ist ein Bettsofa der Spitzenklasse. Sie haben hier einen Kniff, Sie ziehen und das Bett kommt raus. So, ein richtiges Bett mit loser Matratze, klicken wir mal drauf, dass Sie sehen, wie groß es ist, mit loser Matratze, die getauscht werden kann, und zwar eine Konnentaschen-Federkernmatratze der Spitzenklasse. Wenn Sie Bergamo so bestellen, wie es hier ist, zahlen Sie im Fachhandel so zwischen 2400 und 2800 Euro, weil es wirklich kein Billigmodell ist. Schauen Sie mal, hier ein richtiger Lattenrost mit breiten Latten, sondern ein Qualitätsprodukt von Bali. Das sehen Sie an den Details hier, den Griff zum Beispiel, welches wirklich für viele Jahre Ihr Wohnproblem löst. Bergamo ist ein Bettsofa mit dem Messina-Beschlag, weiterentwickelt mit Softkissen hinten, die festgemacht sind, für Leute, die ein Bettsofa brauchen, um entweder ältere Leute darauf schlafen zu lassen, Weihnachten, Ostern oder Geburtstage kommen immer wieder, oder auch für Leute, die es täglich benutzen müssen, weil einfach ein Apartment da ist, wo nur ein Raum zur Verfügung steht. Mit einer Hand kann man das Ding aufmachen, nochmal, einfach hier, Griff, zack, zack, ah! Und Platz für zwei zum Liegen, für jeden Tag, wie ein Bett. Bergamo kann bald bei Ihnen sein, schnappen Sie zu! Dankeschön!